Hallo, ich habe noch mal ein paar Übungen zu Größen für euch, und zwar zu Längen, zu Flächen, zu Volumen, zu Zeiten und zu Gewichten. Wir können jetzt das entsprechend in eine kleinere Einheit umwandeln und in eine größere Einheit. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal die 3,8 Meter und wandeln das jetzt mal um in Dezimeter zum Beispiel. Dann wären das 38 Dezimeter oder 380 Zentimeter, aber wir können es natürlich auch in Millimeter umwandeln oder wir können es auch in Kilometer umwandeln, dann wären das entsprechend 0,0038 Kilometer. Okay, das heißt, wir wollen versuchen, so viel wie möglich umzuwandeln und in andere Einheiten zu schreiben. 3,8 Liter. Wir wissen, Liter ist das gleiche wie Kubikdezimeter, also können wir schreiben, es sind 3,8 Kubikdezimeter. Jetzt können wir das Ganze aber auch in Millilitern schreiben, das heißt, 3,800 Milliliter oder entsprechend natürlich auch in Kubikzentimeter. Das ist nämlich das gleiche wie Milliliter oder auch in Kubikmeter, dann wären das entsprechend 0,0038 Kubikmeter. 3,8 Hektar. Ha ist ja Hektar. Und nochmal zur Erinnerung. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Das heißt also, ein Hektar ist eine Fläche von 100 Metern mal 100 Meter. Und die Verwandlungszahl bei Flächen ist immer 100 nur. Das heißt, wenn wir jetzt entsprechend umwandeln, dann können wir das in Aare umwandeln. Da die Verwandlungszahl 100 ist, sind das also 360 Aare oder auch nochmal zwei Nullen dran. Dann haben wir die Quadratmeter. Oder wir können natürlich auch in Quadratkilometer gehen. Da müssen wir auch entsprechend zwei Stellen das Komma weiter nach vorne verschieben. Okay. 3,8 Stunden. Stunden kann man natürlich nicht so gut umwandeln jetzt mit Kommazahl. Denn man muss ja aufpassen, das ist ja entsprechend jetzt mal 60. Das heißt, das Ganze sind, wenn wir das anders schreiben, sind 3 Stunden. Und 0,8 Stunden sind ja entsprechend nicht 8 Minuten oder sowas. Sondern wir müssen das ja mit 60 multiplizieren. Das heißt, das Ganze sind jetzt 3 Stunden. Und 0,8 mal 60 wären jetzt eben 48 Minuten. Das heißt, da müsst ihr immer aufpassen. Und das könnten wir natürlich jetzt auch nur in Minuten zusammenfassen. Dann müssten wir die 3 Stunden noch entsprechend in Minuten umwandeln und die 180 dazu addieren. Dann wären das 228 Minuten oder natürlich noch in Sekunden. Dann müssten wir entsprechend nochmal mal 60 rechnen. Und das wären dann 13.680 Sekunden. Und 3,8 Tonnen ist wieder leicht. Das können wir natürlich jetzt in Kilogramm umwandeln. Das sind 3.800 Kilogramm. Und wenn wir entsprechend höher wollen, dann wäre das ja nach Kilogramm kommt Tonne. Und dann kommen höchstens noch Megatonnen oder Kilotonnen oder Gigatonnen oder sowas. Also können wir das jetzt noch in Gramm umwandeln. Dann müssen wir nochmal mal 1.000. Dann sind das 3.800.000 Gramm und entsprechend noch Milligramm. Gut. Wie geht das jetzt, wenn wir mit Einheiten rechnen? Das heißt, hier ist jetzt ja Kilometer geteilt durch Meter. Da muss man natürlich aufpassen, dass man erstmal in die gleiche Einheit umwandelt. Dann wären das 4.000 Meter durch 5 Meter. Und wenn wir das als Bruch schreiben, dann wird eine Sache ganz klar. 4.000 Meter durch 5 Meter. Dann kürzt sich nämlich hier die Einheit genau raus. Und wir müssen entsprechend nur noch 4.000 durch 5 rechnen. Und das sind also nur noch 800 ohne Einheit. 3 Zentimeter mal 3 Millimeter. Das heißt, wir wollen mal rechnen. Das geht auch nur mit gleichen Einheiten. Also sind es 30 Millimeter mal 3 Millimeter. Und dann haben wir entsprechend 90. Und daraus wird dann Quadratmillimeter. Das ist zum Beispiel eine Fläche. Oder so etwas kommt oft vor. Da muss man sich nochmal ganz klar werden mit den Einheiten. Das heißt, wir haben Kilogramm und sollen das multiplizieren. Mit Euro pro Kilogramm. Das heißt, wenn wir das als Bruch schreiben, dann wird es ganz deutlich. Das sind 4 Kilogramm. Können wir auch schreiben als Eintel. Mal 1,5 Euro. Und jetzt seht ihr auch wieder, die Kilogramm kürzen sich genau raus. Und wir müssen nur noch 4 mal 1,50 rechnen. Das wären entsprechend 6 Euro bleiben dann übrig. Und 9 Kubikmeter durch 3 Meter. Das ist schon die gleiche Einheit Meter. Also müssen wir nur 9 durch 3 rechnen. Und wenn wir das auch nochmal ausführlich aufschreiben, dann haben wir hier 9 Kubikmeter durch 3 Meter. Und dann kürzt sich eben 1 Meter gegen 1, 1 Meter von da oben weg. Also bleiben es einfach nur noch 3 Quadratmeter. Genau. Ich hoffe, es ist euch nochmal klar geworden, wo man bei Größen entsprechend aufpassen muss und ob ihr alle Umrechnungszahlen parat habt. Okay, das war's.